Mit Snagit-Schemas ist es ganz leicht, Ihre Bilder im Design Ihrer Marke zu halten. In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie Schemas erstellen, anwenden und weitergeben. Fangen wir an! Um ein Schema zu erstellen, wählen Sie im Snagit-Editor ein Zeichenwerkzeug aus. Klicken Sie im Eigenschaftenfenster auf das Dropdown-Menü Schema. Hier können Sie Ihr aktuelles Schema sehen und bearbeiten. Um ein Neues zu erstellen, klicken Sie auf Neues Schema. Geben Sie einen Schema-Namen ein und wählen Sie die Farben, die Ihrer Unternehmensmarke entsprechen. Sie können zwischen RGB- und Hexfarbwerten umschalten, indem Sie auf Modus klicken. Mit dem Farbauswahlwerkzeug können Sie eine Farbe präzise auf dem Bildschirm auswählen, zum Beispiel aus einem Markenhandbuch. Um weitere Farben zu Ihrem Schema hinzuzufügen, klicken Sie auf die Plus-Schaltfläche. Sie können bis zu acht verschiedene Farben zu einem Schema hinzufügen. Im Tab Schriftart können Sie die Schriftart auswählen, die Sie in diesem Schema verwenden möchten. Klicken Sie auf dieses Kontrollkästchen, um einen Schatten-Effekt für das Schema ein- oder auszuschalten. In diesem Bereich wird eine Vorschau angezeigt. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Erstellen, um das Schema zu speichern. Snagit wendet Ihr neues Schema jetzt automatisch auf die Stilarten für alle Werkzeuge an, die Schemas verwenden. Um zu einem anderen Schema zu wechseln, wählen Sie es im Dropdown-Menü aus. Sie können Ihr Schema auch weitergeben. Klicken Sie dazu im Dropdown-Menü Schema auf das Zahnrad-Symbol und dann auf Exportieren. Damit erstellen Sie eine Snack-Theme-Datei, die Sie an andere Snagit-Benutzer senden können. Zum Importieren eines Schemas doppelklicken Sie auf die Datei oder wählen Sie im Dropdown-Menü Schema die Option Importieren. Danke fürs Zuschauen! Sehen Sie sich auch die anderen Tutorials auf unserer Website an.